Was sagst du eigentlich zu Chris an der Idee? Achso, Minecraft zu spielen, ja cool. Finde ich total geil, aber das müsst ihr immer ein bisschen vorantreiben, weil Minecraft kenne ich mich nicht so extrem aus. Wir sind auf jeden Fall wieder da. Kriegen wir schon hin. Und wir gucken einfach mal, ob überhaupt noch Leute zuschauen oder ob sich niemand mehr diese Blamage geben will. Ach was, bisher machen wir ja nur Scheinkuss. Richtig, aber bestimmt blamabel und schlecht und alle. Ich muss mich eigentlich schämen wahrscheinlich. Ja, ich könnte so straight zu Gannon gehen und den fertig machen, aber... Möchtest du ja nicht, ne? Ja. Ne, aber ich wollte heute fertig spielen, glaube ich. Wenn es eh nur noch 20 sind oder so. Ja gut, dann auch Gannon und dann warst du es eigentlich schon. Ja, dann warst du es eigentlich. Dann ist mein Breath of the Wild Stream fertig und weil ich jetzt eine Woche lang nicht streamen kann, wäre das ein guter Abschluss. Danach könnte ich mit Splatoon und so weitermachen. Das wäre ganz geil. Ich warte einfach mal, ob es nochmal Leute steigen. Das wäre auch bei mir vorbei schon. Bei mir mal vorbei schon. Das wäre möglich, ja. So. Aber was könnten wir dann bei mir machen? Ich habe den Strian vermisst. Awww. Wir haben dich auch vermisst. So, habe ich den jetzt schon geschafft? Ja, hast du. Ja. Und ist denn next? Mit AC. Bitte? Und mit AC. Ja, mit AC geht es auf jeden Fall auch weiter, oder? Ist ja noch ein Monat Zeit. Ja, jetzt ist es auch wieder da. Da ist ja noch ein Monat Zeit. Machen wir den als nächstes. Ja, so gemein. Ja, wobei... Ja gut, wir könnten auf einer Insel was machen. Dann würden wir beide sehen, wie die spielen. Ja, auf jeden Fall wieder mehr Splatoon. Da habe ich Bock drauf. Boah, wir können ja mal zeitgleich streamen. Ja, Mario Kart spielen wir mal gegeneinander auch. Das wird schön. Da stehen solche Multiplayer-Spieler, wenn beide streamen. Ja, das geht. Oh, aber da muss ich mir Kopfhörer holen, dass ich dich hören kann. Ohhhh. Ja, ich habe keine gescheitenen, sagen wir, Kopfhörer zum Herrn. Oh, wieder eine Kraftprobe. Ja, das schon geht. Ja, aber Mittel. Mittel geht, ne? Ja. Ich bin mal noch am überlegen, was wir bei mir nur zocken könnten. Eigentlich nur Wii U-Spiele oder PSV-Games. Ja, oder Switch. Ja, Switch hast du ja bei dir. Ja, das stimmt. Also wenn schon Spiele, die nur ich habe, aber das sind eigentlich nur Story-basierte Spiele, wie beispielsweise Secret of Mana oder sowas. Verdammt! Das war dein Leben. Das ist ja ein Wichser, ey. Verdammt. Hohohohoho! Duuuu! Oh, schade. Oder nee, warte, ich habe ja diesen SNES, äh, Mini-SNES da auf das Switch. Dadurch, dass ich den Familien-Account habe. Ja, den habe ich ja auch. Das stimmt, das stimmt. Sein Laser ist krasser als mein Elektro-Pfeil. Hm, jetzt ist die Frage, weil ich was denke. Stern, lernst Beleidigung, Stern, du Stern, Stern, Stern. Lernst Beleidigung? Oh, jetzt ist Filinara ein bisschen böse drauf. Bing! Du, 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 du. Weißt du, was ich interessant finde? Wenn du dir gegen Säulen laufen lässt, ähm, bekommen die Feuerbisse Schaden, ne? Ja, das ist logisch. Okay, jetzt ist er hier. Verlerner. Feli, pass auf, dass du nicht der Rückkehr erlernst. Das würde Strui sehr traurig machen. Was, Rückkehr? Verlernst, achso. Ach, Feli, du musst doch keine Beleidigungen lernen. So schlimm sind wir doch gar nicht, dass man uns beleidigen muss, oder? Sie möchte nicht uns beleidigen, sondern das Vieh, das dich trifft. Achso, ja, das könnte sie auch tun. Spricht den Wächter. Das könnte sie auch tun. Bist du sicher, dass dein Pokémon die Attacke verhöhnen soll? Ja, bitte. Dass Feli Leute verhöhnt, möchte ich nicht. Sie soll sich immer mit allen gut verstehen. Wann sollte sie Protzer lernen? Ein Eisschwert mit Angriffskraft von 10+. Ist auch ein Einhänder, ne? Mhm. Wann würde da ein eisgroßes Schwert stehen? Ist, denke ich, keine schwere Wahl, was fliegt, oder? Das, was eh kaputt ist. Ja. Hast mir gute Dienste geleistet. Hast eins von diesen Kackviechern umgebracht. Ich bin stolz auf dich, Wächterschwert++. Du hättest ihn gegen die Wand werfen können. Das Wächterschwert. Ne? Dass er platzt. Aber mach einfach weiter. Dein Feli hat Verhöhner komplett vergessen. Komm dann wieder. Verwächert. Schön. Hast du gut gemacht, Feli, dass du Verhöhner vergessen hast. Braucht eh keiner die Attacke. Wenn ich gegen die Wand renne, krieg ich dann Schaden. Stern will gegen die Wand rennen. Feli, bitte nicht gegen die Wand rennen. Die Antwort ist ja. Wenn du schnell genug rennst, dann vielleicht. So, ey, 100 Schreine. 100 Schreine. Easy, man. Bäm. Es ist dreistellig. Jetzt noch 20 und ich hab mal Ruhe. Dann krieg ich gerne noch auf seine blöde Fresse und dann ist es vorbei mit ihm. Ah, das war dein Lieblingsschrein. Ne, doch. Nein. War nicht dein Lieblingsschrein. Ach, das war der, wo ich warten musste. Ah, doch, ja. Ich dachte, der wäre kartenmäßig war ein bisschen warm was. Ne, scheinbar nicht. So. 20 sind noch. 19 sind auf der Karte. Ah, stimmt. Der Schrein Nummer 20, der wird witzig. Hm. Ja, ich hab schon gehört, viele Wächter und viele Sohn. was mich töten möchte. Ich hab nur noch Rückkehr im Mobisett. Bin ich jetzt stärker. Oh. Hast du nicht auch eine coole Feenattacke drauf? Knüttler oder sowas? Mondgewalt. Knüttler heißt die, glaube ich, ne? So, jetzt will ich ja trotzdem was gucken. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, ne, hast du schon 8? Mhm. 11, 12, 13, 14. Oh, 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 14. Wo ist die 14? Äh, bei Kaka Riko. Der hier? Ja. Okay. 15. Nicht, dass mir noch vier Steine fehlen, das wäre ein bisschen scheiße. Hahaha. Na, schauen wir einfach mal. Erledigen wir erstmal die. Mhm. Da waren Vögel. Ist rückkehrt eine Fehnattacke? Ja, damit sie den Step kriegt. Aber nur für coole Feli Nala. Also zum Beispiel unsere Feli. Oh, so jetzt passiert Knickelbrot. Entschuldigung. Fall nicht runter. Was ist ein Knudler-Stern? Hat nur Rückkehr im Mobisett-Stern. Okay. Feli ist immer noch kein Knuddel-Mädchen. Das ist in Ordnung. Da hast du den Schwung nicht ausgenutzt. Eieieiei. Nope. Da hast du den Schwung nicht ausgenutzt. Was? Ja, Physik halt, Luftwiderstand. Muss ich denn selber erst anstoßen, oder was? Ja, wenn du schnell genug gewesen wärst, nicht? Pff, toll gemacht. Alter, ich hasse den Schrein jetzt schon. Der ist auch nicht cool irgendwie, also... Genau so. Ich zieh. Nein. Das ist ja ein Scheiß, ey. Anton Doppelpunkt. Fall nicht. Ach, vergesse. Na komm, das schaffst du schon. Nur gut. Anziehen, oben drüber halten, ne? Sodass die Metallteile gespannt sind und dann loslassen. Du weißt schon, wie du anziehst, oder? Das siehst du mit Stil. Geht doch. Ich habe nicht ganz viel hier rüber gestasit. Gestasit. Ach so, ja. Ähm, in der Luft anhalten, sodass du drauf bist, warten und dann fliegt es ja los. Höchstwahrscheinlich. Ja, ne, das mache ich ja nicht. Das ist ja viel zu einfach. Das kann man einfach loslassen. Und, ups. Ja, okay, das geht. Das ist schon klar, das geht. Okay, das ist auch vergleichsvoll. Ach so, okay. Boah, so langsam wird es knapp mit dem Pfeil. Ich muss mal neue kaufen. Hat tausende Elementarpfeile. Sagt er, der zweimal runtergefallen ist. Das war dreimal. Wir wollen hier nicht anfangen zu lügen, ne? Einem Waldland, so was es alles gibt. Ich weiß, welches Item ich aufnehmen werde und dann einfach hinter mich fallen lassen werde. Ich muss auf, dass du nichts Falsches droppst. Auch vorhin. Wächterschwert plus. Dreißiger Wächterschwert. Na, mach jetzt mal ein Foto. Wo ist denn mein Eisschwert? Hab ich das nicht mitgenommen? Scheiße. Ne, hast du nicht. Na ja, egal. Brauche ich ihn nicht. Ah, Knuttler wäre eine Attacke, die zu Fehlinada passen würde. Das ist bestimmt auch eine, wo es lernen kann. Genauso wie Würger. Genauso wie Würger, genau. So, okay, ja, das schmeiße ich weg, ey. Ja, die Weidelanze brauchst du nicht. Ja, aber ich hab... Ja, stimmt, sie ist schon schwach. Was hab ich ausgerüstet? Na, stimmt. Hups. So, ich muss dich jetzt anstrengen. Anstrengen. Pa. Wie vorsichtig du das machst. Ich hab dir immer direkt nach oben, genau. Und dann fallen lassen. Halbwegs. Wenn ich mir sicher war, ich bin außerhalb der Reichweite. Und bumm. Oh ne, tut mir gar nicht weh. Ist ja langweilig. Du kannst es natürlich auch drauf ankommen lassen. Ja, du kannst schon wieder hin. Langweilig. Lass sie schwingen und versuch, mit dem ein Gesetz vorbeizukommen. Ja, hör auf, Just. Wenn er das sagt. Warte. Ah ja, okay, kann ich aufnehmen. Aber 5 Schuss, das ist geil. Kannst 5 Pfeile verschießen. 5? Ach du Scheiße. Kulleraugen und Schnarcher. Eine Feli Nare mit Schnarcher, das ist eine interessante Kombination. Oh. So ein süßes, verschlafenes, kleines Feli Nare. Oh, ey. Du musst dann denken, Schnarcher, das ist dann immer so eine laute Attacke. Das heißt, so ein Feli Nare. Nein. Nein. Oh, nein. So ein süßes, kleines Feli Nare hat eine... Nicht du. Wie? Ja, weil die Kamera in dem Moment, dass sie fokussiert hat. Scheiße. Ui. Ja, ich hasse dieses Rätsel, das ist ja kacke, ey. Ja, ich nehme schon das Stasi-Modul. Also, pass auf. Du bist ganz weit hier hin. Nein, das da. Du könntest das Stasi-Modul einfach auf die Plattform anwenden, ne? Ne, ich bin zu einfach gelobt. Oh, Justus hat dich zu früh gelobt. Ja, schön blöd. Ja, geh einfach die Treppen hoch und verwenden auch mal das Magneten-Modul. So schnell rutscht es ja nicht. Doch. Na siehste, geht doch. Wo ist dein Problem, Junge? Das frage ich mich auch. Jetzt falle ich wahrscheinlich runter. Ne, nicht mal mehr, ist ja langweilig. Oh, nein. Ich fand das Rätsel cool mit den Treppen. Du kannst auch mit hoch und runter das anziehen und abstoßen. Das sagst du. Das sagt auch die Anleitung. Okay, viel Spaß an deinem Handy. So, wie komme ich da jetzt am besten hin, ohne dass ich auf die Schnauze fliege? Auf die Schnauze kannst du sicher nicht fliegen. Unten ist ja kein Boden. Na, was? Du wägst das Teil mit, auf dem du stehst? Du suchst dich gar nicht. Ja, das ist ziemlich traurig irgendwie. Zu riskant. Wenn ich da oben andotze, dann ärgere ich mich. Oh. Ich gucke aber trotzdem zu. Also, ich kann sie bloß nicht aus dem Internet irgendwelche Links posten. Was sie eh nicht gemacht hat. Damit kann ich leben. So, damit haben wir alle Truhen. Jetzt kommen wir wahrscheinlich nicht mehr an das Ding ran, wetten. Doch, kommst du doch ran. Ist ja langweilig. Ich glaube, das ist das... Okay, das ist das... Ups. Oh. Ups. zurückholen das ist kompliziert er ist nicht so etwas von uns kann ich hier hochklettern mit etwas glück dann kann ich nicht da hoch ich hätte es anders gemacht ich hätte es so gut die oberstufe nach hinten geschoben auf die oberstufe drauf und die stufe drunter nach hinten auf die unteren stufe und dann nach vorne wieder geschoben so ich würde mal erst mal auf den schalter drauf wenn du haltest du dich an das rätsel oder nicht und hallo karl ja hi karl scheiße ist das nervig ja steht es einfach im feuerfeuer hin ja das ist da so klopp klopp oh gott akti ist auch wieder da ey akti mir fehlen nicht mehr viele schreiner nur noch 23 nur noch 23 oder so ja aber hallo akti willkommen zurück so ist ja schön jetzt guckt felix zu und just und akti und schnabelkind das ist karl der karl ja der ist auch im ding telegram dabei genau so aber akti du kannst dich über etwas freuen wir haben ich glaube seit zwei oder drei stunden keinen mehr geschickt sorry das musste jetzt sein aber wir haben alle so weit gefunden ja bis auf den allerletzten ja bis auf den allerletzten bei dem einen tempel ja da soll ich noch nicht hingehen haben alle gesagt also gehe ich halt noch nicht hin aber das stimmt du schreibst da kaum karl so ich hoffe echt dass ich alle gefunden habe das wäre mega scheiße wenn es noch welche fehlen würden mal angehakt sind sie alle also deswegen schließe ich dir auch immer sofort ab soweit ich die gefunden habe bitte lieber mit dem als mit mir das wäre super wir haben beschlossen dass ich mir ein felinarer schlafanzug hole akti und ein stolz für anton es gibt leider keine maulot und so ich hätte gerne ein maulot gehabt aber den gibt es nicht ich glaube das gibt es auch nicht akti das wäre bestimmt cool weil hier unten ist doch die schotzt du nicht so gute mit faskam strugli wird nicht mit einem stein geschickt ich gehe auch dazwischen wenn sein muss so und jetzt so andere schalter schnell das ist alles scheinbar das ist ein witz sein es ist nur die frage wo ist die truhe aber magst du keine steine nein nicht als ehepartner aber du musst dir mal die vorteile von so einem schein überlegen der sagt nichts der nervt dich nicht der ist einfach da er ist einfach für dich da nein anton wird mit einem stein geschickt da hat ja keine einwände oder ne 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 finde ich in ordnung du könntest einfach rüberfliegen wie wärs damit ja wo ist das die truhe wo sollen die ach die ist da hinten oder was du hast zumindest eine plattform die du aktivieren kannst ah ja da kriegt man dann den rückweg aber ein stein mit mir schippen ich weiß nicht ob das geht elektro großschwert du hast doch einen ja ich hab eins das ist besser also hole ich das raus schmeiß es weg und nehme das bessere wieder aber schmeiß es wirklich weg du hast es nicht wirklich weggeworfen na so gemein bin ich nicht jetzt habe ich es weggeworfen stanton was achso stanton na solange es nicht stranton ist bin ich damit zufrieden es fehlt nur ein r ja stanton fände ich schlimmer ich meine nicht dass es mich stören würde aber ich würde es nicht mögen ja story ist ein grausamer mörder das ist richtig hey 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 morten morten yeah man das war ein schneller schrein der super so können die alle sein dann bin ich echt bald fertig hier ich meine ich habe mehr als genug zeit ja gut dass heute samstag ist und genügend festplattenspeicher ein terabyte festplattenspeicher das reicht locker für sechs stunden aufnahme aber wenn ich dann immer noch nicht fertig bin dann werde ich mir gedanken machen dann mache ich mir gedanken ich habe ja noch alt alt anfang habe ich ja noch alt anfang ja anfang habe ich hier die schlimme aufgabe macht einfach anton wie zum beispiel diese komische windaufgabe die war so ein mist also ganz ehrlich bäh am ende pennen schurig im bett und ich mache gerne damit kann ich leben vorbei ist vorbei dann gibt es ab bald gibt es bald wieder splatoon und so wobei hast du alle erinnerungen mir fehlt einem schloss angeblich ah stimmt ja auf stunden umgewühlen alter anton einhör der unterstrich wir schocken stromli mit wakon was hast du denn just ihr könntet auch andere namen für meine chips finden die ja nicht irgendwas mit studio oder steine zu tun haben ich bin überhaupt kein mörder feli was du schon wieder denkst das war ein schwert das hat kein leben das kann man nicht töten mit was legt es sich dann auf wenn es keine seele hat mit antiker schicker technologie technik dein smartphone lebt auch nicht du hält du aber ist denken kannst du auch nicht ja genau das sind eigentlich keine steinchen die hin und her schwingen richtig ne noch nicht mal steinchen oder ne so ein prozessor arbeitet eigentlich nur mit elektroschwingungen fuck reichen mir alles da oh nö das war der der war schlimm ja ich habe die feuerschutzrüstung das heißt ich kann einfach durchlaufen oder ja aber nicht mit dem ice ja aber ich kann einfach durch sicher weiß ich nicht würde ich erwarten oder das ding ist doch gegen feuer ja versuch's einfach mal na toll aber ich glaube ähm den verbesserten set bonus wäre irgendwas mit kein feuer schauen ich weiß nicht ob du da den helm ne du hast den helm nicht es gibt noch einen helm ja du warst auch in der grundstadt da gibt es noch einen helm ja der auch irgendwie 800 gekostet hat oh man ey ja komm das schaffst du schon bisschen feuerfeuer ausweichen und dann ja wo ich denn überhaupt hin mit dem ice den weg entlang aber du kannst ja natürlich vorher die truhe holen das wäre die idee ja aber da ist doch eine feuerwand da komme ich doch gar nicht durch also an den teilen der kannst du einfach vorbeilaufen ach echt so hier muss ich es dann wahrscheinlich schieben hopst hopst ah hier muss ich es ablegen muss dann das andere ding nehmen ja genau so wie komme ich jetzt da hin na siehst du ist doch relativ einfach ja bis hier hin ist es ein ja dann bist du da und die truhe dafür brauchst du das eis ja nicht ja wo das hier ja das kriegst du doch hin ne das kommt drauf an warum beißt du denn in dein kissen du stellst die falsche frage ist es ein leckeres kissen und zu deiner frage äh zu deinem satz aktiven prozessor arbeitet eigentlich mit ding mit stromstärke soweit ich weiß oder wenn ich das noch nicht richtig im kopf habe einfach irgendwie mit minimalen volt anzahlen und zwischen zwei zuständen unterscheidet das einfach ja alter wieder ein eisschwert ja kann man ja ganz schön texten punkte frage ich mich aber nicht mehr wie so okay das waren alle das ist genau das gleiche ne ja der eine hat beeindruckt glaube ich und der andere hat haltbarkeit jetzt muss ich dich aber mitnehmen so wie ein kleines problemchen was machst du da ja ich muss den jetzt wieder nehmen ich komme ja nicht über die laber drüber ja muss im endeffekt möchte ich den jetzt wieder den kompletten weg mitnehmen du kannst ihn einfach hochstellen du schaffst das ne keine chance na siehst du ja aktuell bezeigte ich mich ja als ein bachelor dann bräuchte ich ja gar nicht mal ein studium anfangen er meint wahrscheinlich das englische bachelor was auf deutsch junggeselle heißt oh ups na egal ganz bestimmt meint er das ich bin mir sicher kann ich jetzt eigentlich wenn ich jetzt das eisschwert ausrüste also irgendeinen effekt auf den eisblock ne oder ich glaube nicht ne ja ich ich schmeiß so viel von dem scheiß weg das ist so traurig ja wenn du alle schreien durchgeruscht nacheinander mhm so pass auf feuer easy so jetzt muss ich ihn schieben na kannst du ihn auch werfen das klingt nach einer ziemlich blöden idee ok oh man er immer dieses rückwärts warum moment ich kann ihn nicht schieben hä also ich hätte ihn geworfen kannst du ihn werfen schlittert er dann das ist ja bescheuert also ich hätte ihn durchs vorher noch geworfen weil so schnell schmilzt das eis nicht aber scheinbar funktioniert jetzt auch so ja dann muss ich den wahrscheinlich hier jetzt wieder werfen oder kann ich mit dem springen ähm du kannst mit dem springen ich hoffe dass man schlittert weiß wie ein flipflop ein transistor eine diode und ein prozessor funktioniert selbstverständlich weiß ich das das habe ich in meinem studium gelernt mein bester ich habe es theoretisch in der wufschule auch gelernt zumindest einen kurzen überblick aber ich habe das nicht mehr so gut im kopf das ist nicht ganz da und da machst du das oh der wird schon immer kleiner echt? der ist genauso groß wie vorher hm ich glaube der ist kleiner geworden naja so hier brauche ich nochmal meinen oh merkt man Anton wie mache ich das jetzt am besten? an der wufschule war ich so gut dass die leute von mir abschreiben wollten von daher das hat mir gereicht ich könnte jetzt den metallblock verwenden richtig die frage ist wie kriege ich das dann hin? ich kann ihn jetzt hier so halten könnt ihr mit dem Stasi-Modular oder bin ich nicht schnell genug? ne bist du nicht das stimmt wobei ich kein Fan vom flipflop tragen bin wie kriege ich das dann hin? ich könnte den Eisblock werfen damit er so schlittert das kriege ich auch zeitlich nicht hin bitte die anderen hm du könnten Feli du könntest versuchen mit deiner Backe irgendwie an die Tastatur anzukommen und so irgendwie schreiben und Holy wie schlecht war was ist mit Feli schon wieder? ja weil sie jederzeit ihren Kopf nicht mehr auf die Tastatur hauen kann wenn sie jederzeit am Handy ist ah doch ich kann ihn werfen und kann ihn dann durchschlagen ja genau das wäre theoretisch möglich holy wie schlecht waren bitte die anderen soll ich das versuchen? meinst du das ist ein Versuch wert? ja warum nicht? ja Arcti wie schlecht ich weiß nicht was du von mir hältst aber ich war oder ich bin eigentlich relativ schlau in der Buchspiel gewesen weil ich mir Sachen relativ gute merken konnte ah nein nein du ich weiße die anderen waren halt teilweise wirklich Idioten wie die Hamsterbacke beispielsweise bam easy so jetzt wie komme ich da jetzt hin ja hochhalten und runterlaufen stimmt viel zu einfach nur konnten die teilweise nicht von mir abschreiben weil Schrift also ich habe nicht gerade die schönste Handschrift von daher ja die intschrift o die oder Amen.